Guten Morgen meine Damen und Herren, kommen wir zu Beginn der Stunde nochmal zurück auf eine Reaktion, die wir das letzte Mal schon dabei hatten, wo ein bisschen unklar war, wie denn nun die Produktverteilung aussieht bei der Erstnitrierung von Toluol. Generell wird diese Reaktion durchgeführt mit einem Gemisch 1 zu 1 HNO3, H2SO4 bei Temperaturen kleiner 10 Grad Celsius und man erwartet zunächst einmal die Mononitrierungsprodukte. Ich habe gut vier Literaturstellen rausgesucht und mal sämtliche Angaben untereinander geschrieben und dabei stellt sich heraus, dass schon die Produktverhältnisse recht variieren. Man findet für das Ortho-Nitro-Produkt Angaben zwischen 36 und 65 Prozent, für das Metaprodukt 2 bis 5 Prozent und schließlich für das Paraprodukt 38 bis 60 Prozent. Hängt offenbar alles davon ab, wie denn nun die genauen Reaktionsbedingungen sind, Konzentrationen, Reaktionstemperatur. Und was man aber auf jeden Fall mitnehmen kann, das ist, dass die Methylgruppe als Plus-I-Gruppe auf jeden Fall in allen Fällen immer die Ortho- bzw. die Paraposition als bevorzugte so beeinflusst, dass das die bevorzugten Substitutionsstellen sind. Metaposition profitiert vom Plus-I-Effekt der Methylgruppe offenbar am wenigsten. Und wenn Sie dann hier diese Prozente sehen, dann sind das keinesfalls Prozente an Ausbeuten. Das sind lediglich prozentuale Produktverteilungen. Was Sie praktisch immer hier auch noch finden werden, das sind auch solche Anteile von der Dinitro-Verbindung. Weil nach der Erstnitrierung zwar der gesamte Aromat bereits desaktiviert ist, aber die Metaposition zu der Nitro-Gruppe am wenigsten, haben Sie diese Reaktion, die Zweitnitrierung in der Regel als recht langsame Reaktion, aber ein bisschen finden Sie immer. Also irgendwo was zwischen 2 und 5 Prozent an letzten Endes Anteil neben diesem, haben Sie dann davon. Und wenn Sie sich einmal angucken, wie denn die realen Ausbeuten dann aussehen, bei Praktikumsvorschriften, dann findet man plötzlich, dass, ja, selbst wenn Sie also hier bei relativ tiefer Temperatur gearbeitet haben, keine allzu lange Reaktionszeit und hier diese Ausbeute dann nicht nach oben getrieben worden, und der Anteil, von dem die Nitro-Produkte nicht nach oben getrieben worden ist, haben Sie ja trotzdem noch die Aufgabe, halt diese Verbindung voneinander zu trennen und umkristallisieren, mehrfach umkristallisieren, bis man dann zum Beispiel die Paranitro-Verbindung sauber hat, naja, okay, dann können Sie schon mal mit 20 Prozent Ausbeute, Ausbeute dann zufrieden sein. Auch wenn vorher der Anteil irgendwo bei 50 bis 60 Prozent vielleicht gewesen ist. Das ist die harte Realität, die Sie auch noch im OC-Grundpraktikum kennenlernen werden. Okay, schauen wir uns mal als nächstes die Selektivität der Erstsubstitution am Naftalingerüst an. Und zwar als Beispiel die Reaktion mit SO3 in saurer Lösung, die ist halt immer sauer, Oleum, also rauchende Schwefelsäure wird dabei eingesetzt. Wenn Sie Reaktion bei 80 Grad Celsius durchführen, dann findet bevorzugt Substitution in der Eins-Position statt. Hier das zunächst gebildete Cabenium-Ion. Zeichnen wir mal mesomere Grenzstrukturen ein. Diese hier auf weitere mesomere Grenzstrukturen kann ich gut verzichten, denn da würde der zweite Ring im Grunde in Mitleidenschaft gezogen sein. Okay, natürlich wirkt sich das Cabenium-Ion auch auf die Elektronendichte im zweiten Ring aus. Aber wir brauchen hier nicht die mesomeren Grenzstrukturen in unsere Überlegungen mit einzubeziehen, weil sie eine geringere Bedeutung haben. Also generell mesomere Grenzstrukturen, wo auch noch der zweite Ring in der Aromatizität aufgelöst ist, die können Sie getrost bei Ihren Überlegungen vergessen. Ja, und nun noch Minus H+. Dann sind wir bei diesem Endprodukt, was bei 80 Grad Celsius als Hauptprodukt erhalten wird. Dies ist das kinetisch bevorzugte Produkt. Allerdings befindet sich hier die SO3H-Gruppe in räumlich deutlicher Nähe zu diesem Wasserstoff, das hier wäre die Eins-Position, das hier ist die Acht-Position. Man spricht in diesem Fall von der sogenannten Peri-Position. Und hier haben wir eine sterische Wechselwirkung, eine Peri-Wechselwirkung. Das bedeutet, dass dieses Produkt zwar kinetisch bevorzugt gebildet wird, aber das Isomer mit der Sulfonsäure-Gruppe in der 2-Position wegen sterisch geringerer Wechselwirkung thermodynamisch günstiger ist. Jetzt sind all diese Reaktionen Gleichgewichtsreaktionen. Und erst recht bei einer Temperatur von 165 Grad Celsius geht die Reaktion wieder zurück. Und es tritt dann auch mal die Substitution in der 2-Position ein. Und hier sehen Sie schon, dass diese Zwischenstufe energetisch weniger günstig ist als das, was wir hier haben. Denn wir können hier nur eine einzige mesomere Grenzstruktur formulieren, wo der zweite Benzolring, der zweite aromatische Ring unangetastet bleibt. Okay, und so erklärt sich, dass wenn Sie unter relativ moderaten Temperaturen die Reaktion veranstalten, durchführen, erhalten Sie das in 1-Position substituierte Produkt, Naftalin-1-Sulfonsäure, während wenn Sie die Reaktion länger laufen lassen und bei etwas höherer Temperatur, 165 Grad Celsius arbeiten, bekommen Sie als Hauptprodukt schließlich die 2-Sulfonsäure heraus. Zweitsubstitution am Naftalin hier mit einer Hydroxygruppe. Das 1-Naftol oder auch Alpha-Naftol genannt reagiert ebenfalls natürlich mit Elektrophilen und dann in dem Ring, welcher die bereits aktivierende Gruppe trägt. Und Sie erinnern sich daran, die OH-Gruppe hat zwar einen Minus-I-Effekt, aber einen sehr deutlichen Plus-M-Effekt, stabilisiert Mesumer, das sich bildende Cabenium-Ion und das funktioniert natürlich am besten in dem Ring, wo die OH-Gruppe dran sitzt. Und als Hauptprodukt erhalten Sie hier das Paraprodukt und als Nebenprodukt das Orthoprodukt. Wieso nun dieses hier nur das Nebenprodukt ist, können Sie selber eruieren, indem Sie mal die reaktiven Zwischenstufen aufzeichnen und wiederum Mesumere-Grenzstrukturen betrachten. Wo es ein Alpha-Naftol gibt, gibt es natürlich auch ein Beta-Naftol. Und da finden Sie praktisch nur noch ein Produkt, nämlich die Substitution in der Eins-Position. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir bereits eine Nitro-Gruppe am Naftalin-Ring sitzen haben. Die Naftalin-Gruppe übt einen Minus-I-Effekt aus und was noch viel wichtiger ist, einen Minus-M-Effekt wirkt stark desaktivierend auf die elektrophile Substitution am Aromaten. Das tut diese Gruppe aber hauptsächlich in diesem Ring, an dem sie sitzt. Bedeutet also, wenn wir hier eine elektrophile Substitution machen würden, dann würde die stattfinden hier an dem benachbarten Ring, nicht an dem besonders stark desaktivierten Ring. HNO3, H2SO4, so ungefähr 0 Grad Celsius. Zwei Produkte findet man hier. Einmal, dass 1,5 die Nitro-Naftalin hier wird in der Literatur 60% Ausbeute angegeben plus die 1,8-Verbindung, das 1,8-Isomer, wo man eine 30%ige Ausbeute erhält. Was wir hier schon mal erwähnt hatten, das war Substitutionen bei Anthrazen und Phenandrehen immer in der 1,9-Position, in der 9,10-Position. Hier die 9-Position, dort 10. Und beim Phenandrehen auch hier die 9-Position, da, die 10-Position. Hier landet schließlich das Elektrophil. Ja, natürlich auch deshalb, weil mesomere Grenzstruktur, die Sie hier formulieren würden, für die reaktive Zwischenstufe. Diese reaktive Zwischenstufe. Ja, okay, dabei sind halt auch zwei aromatische Systeme unangetastet. Und deswegen ist das relativ günstig. Und auch die Aktivierungsbarriere dorthin ist dann relativ gering, deutlich geringer, als wenn Sie eben also hier an den peripheren Ringen die elektrophile Substitution durchführen würden. Ja, meine Damen und Herren, die meisten von Ihnen sind natürlich auf die Idee gekommen, hier beim Pyrol am Stickstoff zu protonieren. Ist die natürliche Idee, weil Sie haben ja nun auch schon in der allgemeinen Chemie Ammoniumsalze kennengelernt. Da wird halt eben am freien Elektronenpaar am Stickstoff protoniert. Nun verhält sich das hier schon ein bisschen anders, weil dieses Elektronenpaar ist halt nicht mehr frei, sondern im aromatischen System integriert. Ja, trotzdem, es macht natürlich Sinn, dies als Zwischenstufe einmal aufzuzeichnen. Hier, Minus, dort, Plus. Mesomere Grenzstrukturen entfallen hier. Ihnen kann keine weitere mesomere Grenzstruktur einfallen. Dann sollten wir uns mal überlegen, was passiert, wenn wir in der Zwei-Position protonieren. Oder was passiert, oder wie die mesomeren Grenzstrukturen und die Stabilität des Systems aussieht, wenn wir in der Drei-Position protonieren. Okay, also hierzu mesomere Grenzstrukturen. Einmal Elektronenpaar eine Position weiter rutschen lassen. Und der Stickstoff, das Elektronenpaar des Stickstoffs, kann sich dann auch an der Mesomerie beteiligen. Wir finden also insgesamt drei mesomerische Grenzstrukturen. Hierfür freies Elektronenpaar am Stickstoff, kann sich beteiligen. Plus und, ja, okay, vergessen wir mal das X- hier daneben nicht. Ja, und jetzt ist das einfach nur noch eine Sache des Nachzählens. Drei mesomere Grenzstrukturen, die vernünftig aussehen, bedeutet eine bessere mesomere Stabilisierung als bei Zweien und erst recht als eben also nur noch eine mesomere Grenzstruktur. Und in der Tat, das ist der günstigste Fall. Protonierung findet beim Pyrol in der Zwei-Position statt. Dies ist in der Regel nicht von langer Dauer kein besonders stabiles Salz, weil halt die Deprotonierung dann wieder zum Aromaten zurückführt. Ja, aber wenn Sie nun anstelle von HX halt ein Elektrophil angreifen lassen, Friedel-Kraft-Azyllierung oder eine Bromierung oder sonst etwas, ja, dann findet die elektrophile Substitution am Pyrol in der Tat in der Zwei-Position statt. Elektrophile Substitution am Indol, das ist dann nicht mehr an der Zwei-Position, sondern in der Drei-Position. Also das ist Eins, das ist Zwei, das ist Drei. Und warum ist das so? Dazu zeichnet man sich die reaktiven Zwischenstufen auf, hier diese. Hier können wir dann noch eine zweite mesomere Grenzstruktur formulieren, die Beteiligung des Elektronenpaares am Stickstoff an der Mesomerie, wenn Sie hingegen in der Zwei-Position das Elektrophil angreifen lassen. Ich zeichne es in Klammern hier mal daneben hin. Dann bedeutet die mesomere Beteiligung des Elektronenpaares des Stickstoffs, dass die über den aromatischen Ring läuft. Ja, das ist natürlich eine Stabilisierung. Klar, das ist eine Benzylposition und eine Amino-Gruppe an diesem Ring, da findet eine mesomere Stabilisierung statt. Die ist aber weniger günstig, weil, wenn Sie sich die mesomere Grenzstruktur betrachten, ist die Aromatizität dieses Rings aufgehoben. Deswegen hat die am Gesamtbild weniger Gewicht. In der letzten Viertelstunde, der heutigen Stunde, kommen wir noch zu einem Kapitel Umwandlungen funktioneller Gruppen an Aromaten. Es ist schon, wichtig zu wissen, dass Sie eine Nitro-Gruppe reduzieren können zur Amino-Gruppe. Und in der Tat werden Aniline über diesen Weg hergestellt, in der Regel erst Nitrierung des Aromaten und anschließend die Reduktion. Es gibt da verschiedene Methoden. Zink-HCL, Eisen-HCL, Wasserstoff in Statunas Candy als Reduzieren des Agens. Oder auch Wasserstoff an Übergangsmetall-Katalysatoren unter Druck. Da bekommen Sie auch die Reduktion. Umgekehrt können Sie auch von einem Anilin oder einem Anilinderivat zur Nitro-Verbindung gelangen, indem Sie oxidieren. Zum Beispiel mit Persäuren oder einem Hypochlorid. Verschiedene Oxidationsmittel. Wobei in der Regel die Reduktion von der Nitro-Gruppe zum Anilin schon die sauberere Reaktion ist. Die Diazotierung eines Anilins hatten wir schon mal besprochen im Zusammenhang mit der A-Zokupplung. Hier noch mal kurz gefasst die Wiederholung. Natriumnitrit wird mit einer Säure umgesetzt, beispielsweise mit Salzsäure. Natriumchlorid wird gebildet, H2O abgespalten und Sie erhalten das Nitrosylkation im Prinzip dann als Nitrosylchlorid. Und das ist das Elektrophil, was an Anilin angreift. also Anilin plus das NO+, hier am freien Elektronenpaar kinetisch bevorzugt. Minus H plus dann sind Sie bei diesem Nitrosoamin, also ein Nitrosamin und die Protonenwanderung von diesem Stickstoff an den Sauerstoff können Sie als eine Tautomerisierung betrachten. jetzt der kritische Schritt plus H plus die Protonierung am Sauerstoff die zwar ungewöhnlich ist, weil der Sauerstoff natürlich weniger basisch ist als die Stickstoffe hier, aber die Protonierung am Stickstoff das bedeutet ja nichts weiter als die Rückreaktion hier, die Rücktautomerisierung und das sind nur bei Gleichgewichtsreaktionen und gelegentlich wird am Sauerstoff protoniert damit haben wir eine H2O Austrittsgruppe und das Diazoniumsalz wird gebildet fügen wir hier noch das Gegenanion hinzu sonst ist ja kein vollständiges Salz ein Diazoniumsalz damit können sie nun die Azu-Kupplung betreiben oder auch verschiedene interessante Dinge machen nämlich die Diazoniumgruppe umwandeln dazu haben sie einige Möglichkeiten also das Diazoniumsalz A plus Wasser erhitzen und sie erhalten ein Phenol und das nennt sich Phenolverkochung wenn wir das Diazoniumsalz mit einem Kupfer Halogenit umsetzen dann wird die Diazoniumgruppe gegen das Halogenit ausgetauscht und das funktioniert sehr gut bei x gleich Cl oder x gleich Brom aber interessanterweise auch bei Cyaniden sie können so ein Nitril herstellen diese Reaktion ist eine Namensreaktion wegen schon ihrer Wichtigkeit und nennt sich die Sandmeier Reaktion setzen sie das Diazoniumsalz mit Natrium Tetrafluoroborat um was wird passieren NAX spaltet sich ab sie haben dann ein Diazonium Tetrafluoroborat und wenn sie dies erhitzen dann können sie sehr schön Fluoride als Reaktionsprodukte gewinnen mit Natrium oder Kalium Jodit gelangen sie zu den entsprechenden jodierten Aromaten und was auch Sinn machen kann ist die Umsetzung mit der Hypophosphorigen Säure es wirkt als Reduktionsmittel und dann ersetzen sie die Diazonium Gruppe durch einen Wasserstoff was soll das werden sie sich fragen ja sie können auf diese Weise eine Aminogruppe als Steuerelement für die Zweitsubstitution oder eine Drittsubstitution einsetzen und dann diese steuernde Gruppe entfernen das gleiche gilt dann natürlich auch für die Nitrogruppe sie setzen die Nitrogruppe als Steuergruppe für die elektrophile Substitution für die Regioselektivität ein reduzieren die dann zur Aminogruppe und über das Diazonium Salz und anschließende Reduktion entfernen sie diese Steuergruppe wieder weitere dirigierende Gruppen die die entfernen können haben sie schon kennengelernt nämlich die Sulfonsäure Gruppe da hatten wir vorhin schon einmal gesehen dass wo steht es hier dass die Sulfonierung reversibel ist und im Sauren bei höherer Temperatur können sie da auch die Sulfonsäure Gruppe wieder entfernen eine weitere Gruppe mit der das möglich ist das ist die Terzbutyl Gruppe eine Terzbutyl Gruppe schirmt die Orthoposition ab aktiviert aber im Prinzip ansonsten als Plus I Gruppe die Orthoposition und die Paraposition wird also in der Regel die Substitution hier zu vier Position steuern aber im Sauren kann man die Terzbutyl Gruppe Säure katalysiert entfernen mechanistisch ist das genau die umgekehrte Reaktion wie die Friedel Krafts Alkylierung mit Isobutin und so müssten sie den Mechanismus da auch formulieren sie müssen an dem Kohlenstoff protonieren wo die Terzbutyl Gruppe dran sitzt das Gegenanion kann dann als Base fungieren und Isobutin wird abgespalten also genau die Rückreaktion der Friedel Krafts Alkylierung Säure katalysierten Friedel Krafts Alkylierung mit Isobutin was man in der Regel unter Druck veranstalten würde schauen wir uns abschließend noch eine Anwendung an aus Terzbutylbenzol soll das 2-Nitro substituierte Derivat gebildet werden Tja jetzt ist es natürlich nicht einfach elektrophile Substitution einfach so an dem System würde mit Sicherheit praktisch nur das Paraprodukt entstehen Okay das Ganze kann man so hinkriegen umsetzen mit rauchender Schwefelsäure mit Oleum Wir bilden die entsprechende Sulfonsäure die 4-Terzbutylbenzolsulfonsäure nun erfolgt mit der Nitriersäure HNO3 H2SO4 die elektrophile Substitution obwohl sterisch behindert ausschließlich hier in der 2-Position in der Orthoposition zur Terzbutylgruppe weil durch den starken Minus-M-Effekt und durch den starken Minus-I-Effekt die Orthoposition zur Sulfonsäure Gruppe sehr stark desaktiviert sind Wenn Sie nun diese Verbindung im Sauren thermisch behandeln können Sie die SO3H Gruppe wieder abspalten und vielleicht werden Sie sich an dieser Stelle jetzt fragen wir haben doch auch gerade hier gesehen dass wir auch eine Terzbutylgruppe Säure katalysiert abspalten können Das wird in diesem Fall dann aber doch möglich weil nachdem die Nitrogruppe hier eingeführt ist wird die Elektronendichte Mesomer durch die Nitrogruppe an dieser Position stark herabgesetzt und die Protonierung hier stark behindert und diese Protonierung brauchen Sie hier in dieser Position um die Terzbutylgruppe abzuspalten Ein paar weitere Beispiele dieser Art werden wir am kommenden Freitag dann durchnehmen und am Freitag werden wir bereits anfangen mit Carbonylreaktionen Aldehyde und Ketone sind das weitere Thema Bis übermorgen